A Theory of Justice ist ein 1971 veröffentlichtes, vielbeachtetes Buch des US-amerikanischen Philosophen John Rolls. Rolls entwirft in seinem Werk die Konzeption einer sozialpolitischen Grundordnung, die auf dem Wert der Gleichheit beruht. Damit stellt er sich gegen den vor allem im anglo-amerikanischen Raum vorherrschenden Utilitarismus, der es prinzipiell erlaubt, Einzelne für das größere Gemeinwohl der Gesellschaft zu schädigen. Weiterhin setzt er sich auch kritisch mit anderen Alternativen zu seinem Konzept wie dem ethischen Skeptizismus, dem Egoismus oder dem Intuitionismus auseinander. Das Buch sorgte zusammen mit Robert Nuzix als Antwort darauf 1974 erschienen im Werk Enarchiv State en Tutopia für eine Wiederbelebung der politischen Philosophie. Unmittelbar lösten die beiden Werke eine Debatte zwischen Libertarismus und egalitärem Liberalismus aus. Aus einer anderen Perspektive griffen darüber hinaus die Vertreter des Kommunitarismus in diese Diskussion ein. Rolls schließt mit seiner Theorie an die Tradition der Vertragstheorien von Locke, Rousseau und Kant an. Er demonstriert sein Konzept des Gesellschaftsvertrags mit einem inzwischen berühmten Gedankenexperiment. Die Vertragspartner befinden sich bei Rolls in einem hypothetischen Urzustand, der durch einen Schleier des Nichtwissens gekennzeichnet ist. In dieser angenommenen Situation wird über die Gerechtigkeitsprinzipien entschieden, die der realen Gesellschaftsordnung zugrunde liegen sollen. Die Entscheidungsträger wissen aber im Urzustand selbst nicht, an welcher Stelle dieser zu bestimmenden Ordnung sie sich befinden werden. Durch diese neutrale, anonymisierte Entscheidungssituation soll sichergestellt werden, dass die gewählten Gerechtigkeitsprinzipien in einem fairen Verfahren zustande kommen. Ausgehend von diesem Gedankenexperiment argumentiert Rolls für zwei Grundsätze der Gerechtigkeit. Jedermann soll gleiches Recht auf das umfangreichste System gleicher Grundfreiheiten haben, das mit dem gleichen System für alle anderen verträglich ist. Soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten sind so zu gestalten, dass vernünftigerweise zu erwarten ist, dass sie zu jedermanns Vorteil dienen, und sie mit Positionen und Ämtern verbunden sind, die jedem offen stehen. Punkt. Dabei besteht ein Vorrang des ersten Prinzips vor dem zweiten, sowie ein Vorrang des Prinzips fairer Chancengleichheit vor dem Differenzprinzip. Rolls entwickelt anhand dieser Prinzipien ein Konzept der Verfahrensgerechtigkeit und wendet es unter anderem auf die Probleme der Toleranz, gegenüber der Intoleranz, des zivilen Ungehorsams auf Verteilungsfragen und die Generationengerechtigkeit an. Da Rolls ein realistisches Ideal einer wohlgeordneten Gesellschaft als Maßstab konkreter demokratischer Gesellschaften vorschlug, wurde seine Gerechtigkeitstheorie zu einer unmittelbar wirksamen politischen Theorie und gewann eine erhebliche Bedeutung für die praktische Gerechtigkeitsdiskussion, Entstehung und Aufbau des Buches. Rolls hat an seiner Theorie der Gerechtigkeit über zehn Jahre systematisch gearbeitet und vorbereitend mehrere grundlegende Artikel verfasst. Bis er sein Opus Magnum im Jahre 1971 veröffentlichte. Der erste Aufsatz zum Thema Justice as Fairness stammt aus dem Jahr 1958. Mit der Frage der Nutzenmaximierung im Utilitarismus hatte er sich schon 1955 in der Veröffentlichung Two Concepts of Rules befasst. Die Entscheidungstheorie als Verfahren der Ethik war bereits 1951 Thema eines Aufsatzes. Rolls hat Teile seiner Theorie in verschiedenen Vorlesungen erarbeitet und insgesamt drei Manuskriptfassungen mit seinen Studenten und Kollegen diskutiert sowie überarbeitet. Die Hauptarbeiten zum Werk leistete Rolls während eines Forschungsaufenthaltes 1969 bis 1970 am Center for Advanced Studies an der Stanford University. Rolls betonte, dass der Umfang von über 600 Druckseiten nicht nur der Ausarbeitung der Theorie selbst, sondern der Einbettung in allgemeine ethische Konzepte und auch der intensiven Auseinandersetzung mit alternativen Gerechtigkeitskonzepten geschuldet ist. Das Buch ist wie folgt gegliedert. Teil 1 Theorie Kapitel 1 Gerechtigkeit als Fairness Kapitel 2 Die Grundsätze der Gerechtigkeit Kapitel 3 Der Urzustand Teil 2 Institutionen Kapitel 4 Gleiche Freiheit für alle Kapitel 5 Die Verteilung Kapitel 6 Pflicht und Verpflichtung Teil 3 Ziel Kapitel 7 Das Gute als das Vernünftige Kapitel 8 Der Gerechtigkeitssinn Kapitel 9 Das Gute der Gerechtigkeit Alle Kapitel haben einleitende Abschnitte, in denen Rolls jeweils eine Einordnung in die Gesamtstruktur seines Werkes vornimmt. In den ersten vier Abschnitten erfolgt eine Einführung in die intuitiven Grundgedanken der Theorie der Gerechtigkeit, die in den Kapiteln 2 bis 4 im Detail ausgearbeitet werden. Die Kapitel 5 bis 9 dienen der Vertiefung von Einzelfragen und der Begründung verschiedener Grundpositionen, die in der Theorie enthalten sind. Im ganzen Buch verzichtet Rolls auf eine metaethische Diskussion. Methodische Erörterungen finden sich nur an einigen vereinzelten Stellen. Rolls betont, dass er sich um eine inhaltliche Darlegung der Theorie der Gerechtigkeit bemüht habe. Eine Auseinandersetzung mit der in der analytischen Philosophie bedeutsamen metaethischen Position des Non-Kognitivismus erfolgt nicht ausdrücklich. Rolls ist vornehmlich an der politischen Frage der sozialen Gerechtigkeit interessiert. Wenn er von Gerechtigkeit spricht, ist Verteilungsgerechtigkeit gemeint. Mit der Gerechtigkeit als Tugend sowie der kommutativen und legalen Gerechtigkeit setzt Rolls sich nicht ausdrücklich auseinander. Er betrachtet Gerechtigkeit in Bezug auf gesellschaftliche Institutionen. Formale und substanzielle Gerechtigkeit Zur Bestimmung des Inhalts der Gerechtigkeit unterscheidet Rolls zwischen formaler und substanzieller Gerechtigkeit. Formale Gerechtigkeit entsteht durch die unparteiische und konsequente Anwendung allgemeingültiger Regeln. Sie fordert somit, dass jeder von einer Regel Betroffene auch tatsächlich nach dieser Regel behandelt wird, es darf keine Ausnahmen geben. Sonst entstünde eben eine formale Ungerechtigkeit. Inhaltliche Gerechtigkeit betrifft hingegen die Regel selbst. Ob eine Regel inhaltlich gerecht ist, hängt nicht davon ab, ob sie unparteiisch angewendet wird, sondern von den Forderungen, die den Inhalt der Regel ausmachen. Um substanzielle Gerechtigkeit zu ermitteln, muss eine Theorie der Gerechtigkeit substanzielle Aussagen machen. Diese Aufgabe erfüllen nach Rolls Gerechtigkeitsprinzipien, die sich auf eine reale Gesellschaft beziehen und von allen vernünftigen Beteiligten anerkannt werden können. Rolls will bewusst keine ideale, letztbegründete Moraltheorie aufstellen, sondern eine politische Theorie über die Grundprinzipien einer gerechten Gesellschaft, die geeignet ist, als Maßstab für praktisches politisches Handeln zu dienen. Anwendungsverhältnisse der Gerechtigkeit. Als Anwendungsverhältnisse bezeichnet Rolls die gewöhnlichen objektiven und subjektiven Bedingungen menschlicher Zusammenarbeit. Er betrachtet die Gesellschaft als ein nützliches, kooperatives System. Alle Mitglieder konkurrieren dabei um die gleichen Güter, woraus sich Interessenskonflikte ergeben. Auf der anderen Seite haben die Mitglieder der Gesellschaft aber auch gleiche Interessen, wie beispielsweise Sicherheit, Frieden oder die Möglichkeit, ihre Lebenspläne zu verwirklichen USW. Zur Regulierung dieser Interessengegensätze mit dem Ziel der Interessenswahrnehmung der Gesamtgesellschaft sind Verfahren notwendig. Rolls setzt sich ausdrücklich von dem bei Thomas Hobbes formulierten Naturzustand ab. Nachdem sich die Mitglieder der Gesellschaft potenziell in einem permanenten Kriegszustand um die knappen Güter befinden, er geht vielmehr von einer Gruppe von Menschen mit gleichartigen Interessen aus. Die Theorie der Gerechtigkeit sieht die Gesellschaft als ein Unternehmen der Zusammenarbeit zum gegenseitigen Vorteil. Die Gruppenmitglieder versuchen, nicht durch Kriegführung, sondern durch Einigung eine für alle vorteilhafte Lösung, mithin Allokation der Grundgüter, zu erreichen. Rolls Gerechtigkeitstheorie ist in dem Sinne vertragstheoretisch, als sie sich zur Rechtfertigung auf die allgemeine Zustimmungsfähigkeit ihrer Prinzipien beruft. Der Vertrag ist ein hypothetisches Konstrukt, das nur in den Köpfen der Philosophen existiert. Nicht der Vertrag ist wichtig, sondern der Konsens, den dieser Grundgüter impliziert. Es geht nicht um die faktische Zustimmung, sondern um die hypothetische Zustimmungsfähigkeit. Rolls geht davon aus, dass bereits eine Gesellschaft vorhanden und damit eine gewisse Verteilung der Grundgüter gegeben ist. Mit dieser wichtigen Annahme blendet Rolls die schwierige Diskussion um die Herkunft und die Entstehung der vorgefundenen Güterverteilung bewusst aus. Für ihn beruht im Ergebnis jede zu einem beliebigen Zeitpunkt der Menschheitsgeschichte vorgefundene Allokation auf einer gewaltsamen Besitzaneignung, Kriegführung oder auf anderen ungerechtfertigten Handlungen. Dies sei zu keinem Zeitpunkt revidierbar. Rolls will ausdrücklich einen Beitrag zur praktischen Philosophie leisten und nicht ein theoretisches Konzept aufstellen, das schon wegen seiner Prämissen undurchführbar wäre. Eine Revision der vorgefundenen Verteilung würde gleichsam eine Rückgängigmachung der menschlichen Geschichte voraussetzen, was ausgeschlossen ist. Das Problem von Herkunft und Verdienst einer vorhandenen Verteilung wird aber in Rolls' Werk hinsichtlich seiner Zufälligkeit relevant, die es durch die institutionelle Ordnung der Gesellschaft auszugleichen gilt. Fiktive Verfassungswahl. Rolls nimmt an, dass sie zu irgendeinem Zeitpunkt vorhandene Gesellschaft sich zu einer fiktiven Verfassungswahl zusammenfindet. In dieser Wahl soll die Gesellschaft sich unter bestimmten Voraussetzungen auf Grundsätze für das Zusammenleben, insbesondere der Verteilung der gesellschaftlichen Grundgüter einigen, an denen jedes der Gesellschaftsmitglieder ein Interesse hat. Als Grundgüter, die zur Verteilung anstehen, bezeichnet Rolls explizit Rechte, Einkommen, Vermögen und Chancen. Er nimmt an, dass die Gesellschaftsmitglieder insoweit von Selbstinteresse getrieben sind, als sie ein Mehr an diesen Gütern einem weniger auf jeden Fall vorziehen würden. Damit distanziert er sich von allen Ansätzen, in denen Altruismus eine Bedingung einer gerechten Gesellschaft ist. Für Rolls ist nur dasjenige als gerecht zu bezeichnen. Auf dass sich die Menschen in einer fairen Ausgangssituation auf der Basis vernünftiger Entscheidungen bei einer Verfassungswahl einigen würden. Überlegungsgleichgewicht Für seine Theorie der Gerechtigkeit als Fairness und die Rahmenbedingungen seines Urzustandes führt Rolls kein letztbegründetes Argument an. Er hält es für aussichtslos, eine Gerechtigkeitsvorstellung alleine mit einem Verweis auf fundamentale, selbstevidente Wahrheiten zu begründen. Zwar werden faktisch vorhandene Intuitionen in seiner Rechtfertigung berücksichtigt, aber nur vermittelt durch einen Reflectionsprozess, in dem wohl überlegte Urteile, allgemeine Grundsätze und konkurrierende Gerechtigkeitsvorstellungen gegeneinander abgewogen werden. Es wird also weder eine Letztbegründung versucht. Noch werden verbreitete Intuitionen gänzlich ignoriert. Dieser Ansatz kann als pragmatistischer Einfluss in Rolls' Theorie aufgefasst werden. Konkret beruft sich Rolls auf Nelson Gutmann, der ein ähnliches Verfahren im Bereich der Wissenschaftstheorie vorgeschlagen hatte. Diesen Prozess des Überlegungsgleichgewichts stellt Rolls sich etwa folgendermaßen vor. Die einzelnen konkreten und möglicherweise unsystematischen Urteile einer Person über die Gerechtigkeit einer Gesellschaft werden zunächst auf eine Menge wohlüberlegter Urteile reduziert, in der keine unsicheren, irrtümlichen oder unaufmerksamen Urteile mehr enthalten sind. Auf dieser Basis werden allgemeine Grundsätze formuliert, die die einzelnen Urteile möglichst genau unter sich fassen. Hier werden Verallgemeinerungen und theoretische Idealisierungen einfließen. Vergleicht man nun die aufgestellten Grundsätze mit den einzelnen wohlüberlegten Urteilen, so können in Kohärenzen entweder dadurch ausgeräumt werden, dass entweder die einzelnen wohlüberlegten Urteile den Grundsätzen angepasst werden oder umgekehrt die Grundsätze den wohlüberlegten Urteilen. Im Ergebnis sollte sich ein Gleichgewicht zwischen Grundsätzen und Urteilen ergeben, dass durch den beschriebenen Reflections-Prozess entstanden ist, also ein Überlegungsgleichgewicht. Rolls schließt dabei nicht aus, dass eine Weiterentwicklung der resultierenden Gerechtigkeitsvorstellung nötig ist, wenn neue Gründe für eine Anpassung vorgebracht werden. Das Überlegungsgleichgewicht ist somit offen für neue Vorschläge und Veränderungen des moralischen Denkens. Man kann das Überlegungsgleichgewicht als eine Methode ansehen, mit der anerkannte und begründete moralische Alltagsurteile und allgemeine moralische Prinzipien zu einem widerspruchsfreien, koherenten Gesamtsystem von Aussagen zusammengefügt werden. Durch diese Methode stellt Rolls sicher, dass seine Theorie nicht in einem formalen Universalismus stecken bleibt, sondern partikular den Horizont und die Werthaltungen der jeweiligen Gesellschaft in der hypothetischen Vertragssituation berücksichtigt. Konzeption des Urzustandes. Rolls versetzt die Mitglieder der Gesellschaft in einen fiktiven Urzustand, in dem sie gemeinsam über die Gerechtigkeitsgrundsätze entscheiden, die die Grundstruktur der Gesellschaft festlegen. Die englische Bezeichnung Originalposition weist klarer als der deutsche Begriff Urzustand darauf hin, dass Rolls hier keine historische Situation beschreibt, sondern eine hypothetische Ausgangssituation entwickelt, die man sich unabhängig von jeder empirischen Gesellschaft zu jeder Zeit als reines Gedankenmodell vorstellen kann. Im Urzustand herrscht Gleichheit, das heißt, alle Beteiligten haben eine gleiche Stimme und jeder der Beteiligten kann durch Ablehnung eine Einigung verhindern. Die Mitglieder der Gesellschaft beschreibt Rolls als kompetente Moralbeurteiler. Ihre Kompetenz lässt sich festmachen an hinreichender Intelligenz, ausreichender Lebenserfahrung, Kenntnis der Fakten, Fähigkeit zur deduktiven Logik, Bereitschaft Pro und Contra abzuwägen, Fähigkeit neue Erkenntnisse zu berücksichtigen, persönliche Distanz, Selbstkritik, vorurteilslose Fähigkeit sich in andere hinein zu versetzen. Durch die Zuweisung dieser Kompetenzen will Rolls sicherstellen, dass von den Beteiligten nicht nur eine rationale, sondern auch eine vernünftige Entscheidung getroffen wird. Durch diese Kriterien sollen skeptische und nihilistische Haltungen ebenso wie fehlerhafte Entscheidungen aufgrund subjektiver Beeinträchtigungen von vornherein ausgeschlossen werden. Indem Rolls von der Konsensbereitschaft seiner Beteiligten ausgeht, setzt er für seinen Prozess der Ermittlung der Gerechtigkeitskonzeption eine Gesellschaft voraus, die seine Absicht akzeptiert, ein Regelwerk für eine gerechte Gesellschaft zu schaffen. Für Extremsituationen wie revolutionäre Umbrüche oder fundamentalistische religiöse Intoleranz ist seine Theorie der Gerechtigkeit nicht geeignet. Bevor er die Verfassungsversammlung entscheiden lässt, stellt Rolls einige Bedingungen, auf denen die denkbaren Grundsätze entsprechen müssen. Er bezeichnet sie im Original als formal Constraint of the Concept of Right. Im Einzelnen sind dies Generalität allgemeine Anwendbarkeit, Universalität uneingeschränkte Anwendbarkeit, Öffentlichkeit an Erkennung und Wirksamkeit, hierarchische Geordnetheit geeignetes Instrument zur Konfliktlösung, Endgültigkeit keine übergeordnete Instanz. Diese Bedingungen dienen insbesondere dazu, verschiedene Formen des Egoismus auszuschließen. Durch eine entsprechende Konzeption des Urzustandes lässt Rolls die Gerechtigkeitsgrundsätze schließlich diese Bedingungen erfüllen. Es soll einer allein nicht zu anderen Ergebnissen kommen können als alle Gesellschaftsmitglieder zusammen. Diese Versammlung kann allerdings nur fiktiv sein. So wie alle Vertragstheorien nur von einer hypothetischen Einigung auf den Gesellschaftsvertrag ausgehen. Zu keiner Zeit ist eine konstituierende Versammlung aller Gesellschaftsmitglieder durchführbar. Daher enthalten Vertragstheorien die Forderung, dass die Entscheidungsträger im Urzustand sich auf Grundsätze einigen, deren Einhaltung für jedes hypothetische Gesellschaftsmitglied in Gegenwart und Zukunft vernünftig und positiv wäre. Sind also die Grundsätze für jeden zu jeder Zeit vernünftig, kann dem Vertrag hinreichende Verbindlichkeit zugeschrieben werden. Dieses Merkmal zu prüfen ist Aufgabe einer Vertragstheorie. In einer realen Entscheidungssituation würde jedes Mitglied überlegen, ob der zur Diskussion stehende Grundsatz seine eigene Lage verbessern oder verschlechtern würde und sich im Zweifelsfall von diesen Überlegungen in seinem Abstimmungsverhalten leiten lassen. Reuters Konzeption des Urzustandes will dieses Problem umgehen. Zugleich will er nicht das eigene Interesse der Mitglieder ausschließen. Denn er nimmt ja gerade an, dass die Mitglieder wissen, dass nach der Verfassungswahl die gesellschaftlichen Güter nach den gewählten Grundsätzen der Gerechtigkeit verteilt werden. Sie entscheiden also durchaus egoistisch, allerdings unter einem Schleier des Nichtwissens. Der Schleier des Nichtwissens sorgt dafür, dass die Gesellschaftsmitglieder nichts wissen, was sie in ihrer Entscheidung dazu veranlassen könnte, zu eigenen Gunsten von dem gesellschaftlich wünschbaren abzuweichen. Niemand soll sich von seiner gesellschaftlichen Position, seinem Einkommens- oder Vermögensstand, der Zugehörigkeit zu einer sozialen Klasse oder einer Kaste, seiner Intelligenz oder seiner Körperkraft in seiner Entscheidung beeinflussen lassen. Dahinter steht für Reuters die originäre Ungerechtigkeit im Sinne von Unverdientheit der Verteilung dieser genannten Güter. Die derzeitige Güterverteilung, insbesondere die Verteilung von natürlichen Fähigkeiten und die Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Klasse sind grundsätzlich unverdient. Daher sei es nicht gerechtfertigt, dass die Entscheidungsträger im Urzustand sich von der Kenntnis um ihre relative gesellschaftliche Position beeinflussen lassen. Zu diesem Zweck führt er den Schleier des Nichtwissens als Bedingung in die Situation des Urzustands ein. Die Gesellschaftsmitglieder wissen nichts von ihrer relativen gesellschaftlichen Position. Nicht einmal ihre persönlichen Vorlieben sind ihnen bekannt. Die Mitglieder entscheiden ohne Willkür, ohne Emotionalität und ohne Habitualität. Im Einzelnen Selbstunkenntnis. Die Gesellschaftsmitglieder verfügen über keinerlei Kenntnis über ihr eigenes Einkommen, ihr Vermögen, ihren gesellschaftlichen Status. Sie kennen nicht ihre Vorlieben und Abneigungen, Triebe und Bedürfnisse. Genauso wenig wie ihre besonderen körperlichen und geistigen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Allgemeines Wissen. Sie verfügen aber über allgemeines Wissen. Sie kennen wirtschaftliche Zusammenhänge und haben grundlegende psychologische und soziologische Kenntnisse. Keine Wahrscheinlichkeiten. Es ist bekannt, dass die Mitglieder der Gesellschaft unterschiedlich begabt sind, unterschiedliche Rollen spielen und verschiedene Rangstufen einnehmen. Die an der Entscheidung Beteiligten haben aber kein Wissen über die konkrete Verteilung dieser Merkmale, sodass sie auch keine sinnvollen Überlegungen anhand von Wahrscheinlichkeiten anstellen können. Rationalität. Alle Mitglieder respektieren sich gegenseitig. Sie treffen ihre Entscheidungen aufgrund rationaler Überlegungen und lassen sich nicht von irrationalen Überlegungen leiten. Keine aufeinandergerichteten Interessen. Sie interessieren sich nicht füreinander, sodass sie sich weder von Liebe noch von Hass in ihren Entscheidungen leiten lassen. Des Weiteren sind sie nicht darauf aus, sich gegenseitig auszunutzen. Kein Neid. Auch Neid akzeptiert Rolls nicht als entscheidungsrelevantes, subjektives Gefühl. Der Schleier des Nichtwissens gewährleistet nicht nur die Fairness der Entscheidung, sondern er ist auch der Grund für eine einstimmige Entscheidung. Zunächst liegt auf der Hand, dass alle Beteiligten von den gleichen Argumenten überzeugt werden, da sie die Unterschiede zwischen sich nicht kennen und alle gleich vernünftig und in der gleichen Lage sind. Daher lässt sich die Übereinkunft im Urzustand als die eines zufällig ausgewählten Beteiligten sehen.